Herzlich Willkommen! Ich möchte erstmal bedanken für eure Treue, auch die Bestellungen, die Abonnenten und Likes. Ich habe eine Information für euch. Ich biete Telefonberatungen an. Ich habe meinen eigenen Hotline und ich bin täglich von 10 Uhr bis 23 Uhr telefonisch erreichbar. Aber Dienstag haben wir Gewitter gehabt und einen Blitz auf unserer Telefonleitung eingeschlagen und ich bin momentan telefonisch nicht erreichbar. Also ich bitte euch um Geduld. Ich hoffe, dass die Techniker morgen kommen und bringen alles in Ordnung und ab morgen Nachmittag, spät Nachmittag, bin ich telefonisch wieder für euch da. Ich bedanke mich für euren Verständnis. Ich möchte noch erwähnen, dass ich fünf verschiedene Kanäle habe. Erstmal den Dera Susanna Medici. Da biete ich die täglichen Tageshoroskopen nach indischen Astrologie. Dann habe ich die venezianische Liebesorakel mit vielen, vielen Legungen und Legesystemen. Dann habe ich die orientalische Liebesorakel, auch Legungen, kamen auch neue Legungen dazu und auch Kaffeesatzlesen. Dann habe ich die Meisterin des Kartenlegens, wo ihr erlernt, die Kunst des Kartenlegens, auch mit vielen Legungen. In den Tagen kommen auch neue Legungen dazu, ein neues Legesystem. Und mein fünfter Kanal heißt Kabbalah, Engel-Orakel, die täglichen Engelbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuhören und nochmal für euren Verständnis. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.